Über 10 Jahre ist euer Wulf nun schon am Start, aber 7 davon habe ich mich schon als Twitch-Partner mit euch vergnügt. Am 8.5. ist unser Jahrestag und das sollten wir natürlich dementsprechend feiern. Deswegen gibt es morgen, also heute, je nachdem wann du es siehst, am Samstag einen verdammt wundervollen langen Stream, der um 17.30 Uhr startet und zwar mit dem Beginn des Wolfpack Community Champion Cups unserer Fantasy League. Dieser wird ungefähr 4-5 Stunden gehen, es kommt dann drauf an, wie viele Tore fallen, sag ich mal. Und danach, also zwischen 21 und 22 Uhr, starten wir dann mit der großen Geburtstagsfeier. 7 Jahre live auf Twitch als vollwertiger Partner und dementsprechend selbstständig werden wir natürlich mit einem wundervollen Trucker Request Stream feiern. Mit eurer Musik und weiteren tollen Fahrten durch Spanien und Portugal, denn der Iberia DLC will ja auch noch auf 100% gespielt werden. Und das wird bestimmt ein wundervoller Party Samstag und ich hoffe, dass ich euch dazu begrüßen darf. Ich freue mich, vielen Dank für 7 Jahre, für immer noch sehr viele Leute, die seit 7 Jahren mich auch durchgehend unterstützen und das überhaupt erst alles möglich machen. Auch diesen ganzen YouTube-Krams noch, denn, naja, der bringt nicht so viel. In dem Sinne, ich wünsche euch was, habt ein schönes Wochenende und ich hoffe, dass wir uns am Samstag sehen.